Ja, liebe YouTube-Freunde, heute Abend bewirten wir Gäste in unserer Kellerbar. Hier hinten sieht man sie, es gibt Apero im Garten. Das Boden hier auf der Gäste. Das Risotto im ... Ja, das ist auch noch gut herrlich. Wir kochen später mit dem Salat, das ist gar kein Problem. Einfach mal so. Und dann ist das ... Das sollte man können. Hast du schon wieder gesetzt? Kürbis? Meinde ich. Hast du gesetzt? Nein, tun wir den. Ja. Wo wollen wir jetzt die Teller? Du wirst dich auch mit dem Teller rüberkommen. So viel Risotto. Dann röss ich mir das an. Sohle. Nehmen wir noch ein bisschen. Ja, noch so ein Halb. Ja, gut. Wunderbar, danke. Vielen Dank. Danke, das ist gut. Wir können es nehmen. Wir sind durch die Würste. Ja, das ist eine Lackdekke. Aha. Keine mehr für das Mache. Aha, ja. Wir sind weg! Wir sind weg. Ja, wir sind weg. Wir sind weg. Das ist auch, ja. Wir sind weg. Wir sind weg. Oh, nein! Untertitelung des ZDF, 2020